So, herzlich willkommen schon mal, liebe Aufnahmezuschauer. Happy Halloween, mal wieder eine Runde Doom. Mal ein paar Kleinigkeiten eben regeln. Wenn ich könnte... Ach je, das ging aber schon mal einfacher. Na ja, brauche ich das Ganze eben mal ein bisschen. Aha. So, nämlich hier. Ja, 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 ja. Fit. Und dann können sich für die Live-Action die Leute ja auch schon mal tummeln. Ja. Und dann können sich für die Live-Action die Leute ja auch schon mal um und zum Beispiel wieder ein B bye. Okay. Im Moment. Okay. Gimme das jetzt. Heißt, hai wie, wir waren auf dem Kasten. So, jawoll, chatfunktion sollte funktionieren, test, test, wunderschön, geht doch. So, wollen wir das sehen. Das ist ganz schön ein Sargstüppel hier, aber gut. Alles noch ein wenig zurecht schieben. Das ist ganz schön ein wenig zurecht. Die ist noch nicht so ganz das, wie ich es haben will, aber okay. Ja, 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 ja. Ich hätte ganz gerne mal gerade meine Maus wieder. Hm, das ging schon mal besser. Aber so, und jetzt geht's wieder. Ja, das war jetzt so schön. So, kann man halbwegs arbeiten. Und noch ein klein wenig abwarten. Können sich dann noch ein paar Leute tummeln. So, wie sieht denn das jetzt aus? Ja, da sind zwei Teleporter. Zuletzt hatten wir die zwei Imps gekillt. Tja, nun denn. Nehmen wir den linken oder den rechten zweitest? Hm. Ich nehme den linken, wir machen das wie Super Mario von links nach rechts. Das ist so eine gute Idee, man. Naja, wir können ja schon mal ein bisschen aufräumen, ne? Das geht wohl. Oh, shit. Oh, shit. Gut. Haben mich meine Skills verlassen. Wenn ich denn überhaupt schon mal welche hatte. Hm. Ich hab jetzt die da gar nicht mehr, ne? Na gut, erstmal zurück. Shotgun Munition ist wieder mal knapp. Hm. Ich mach mal einen zweiten Spielstand vielleicht besser. So. Ich lauf hier einfach mal rein hier. Im Raketenwerfer. Ja. Kann man ja mal bringen. Ja. Und mal ne Runde sterben. Oh, bisschen Plasma kann man da nur für sich ruhig mal ein bisschen da lassen, ne? hier gibt's ja wieder Shotgun Ammo. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Da los. Junge, Junge, Junge. Das kam nicht so gut. Aber irgendwie machen wir das schon hier. Einen nach dem anderen hier. Da kommt der Sensen Dennis hier. So. Gut, gut. Oder auch nicht gut. Was erwartet uns denn hier? Ja. Das fährt hier nur runter. Okay. Sonst hat sich hier nix getan. Kein Schalterchen oder so. Hm. Na gut. Mal gucken wir mal rein. Ach du Schande. Ne. Ne. Ist klar. Das war dann wohl ein Fail. Okay. Soll man das denn verstehen hier? Ist trappt. Das ist schräg. Das hier bringt ja nichts. Oh. So funktioniert der Hase. Na dann. So. Na dann. so. 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 Niemand. Okay. Das ist cool. So. 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 seahte das war ja klar dass ich da drauf geh ne. Raketenwerfer. Na ich weiß ja nicht hm. Plasma ist denke ich mir take a while. Das war's. das ist ein ende so bekommen wir die megasphäre dann alles klar ich mir aber vielleicht noch auf der vielleicht schlauer irgendetwas wird uns hier aber auch noch haben wir gucken mal ich glaube doch hier noch ganz eindeutig monster irgendwas muss da ja noch sein irgendwie sehr gut dann wirklich die megasphäre haben ja ja tja vielleicht werden wir auch nur die die da wo es einfach weiter geht mal gucken nämlich die hier auch Plopp. Ach du Schande. Was soll ich denn hier unten jetzt? Aaaaaah. Ich wollte doch noch nicht sterben. Lass mich hier raus. Oh shit. Ach. So boah. So ungefähr habe ich mir das gedacht. Oder auch nicht. Und Verwundbarkeit. Ja. Nett. So ein Sausack da hinten. Dann gibt es einen blauen Schlüssel. Okay. Hätte also so oder so dahin gemusst. Alles klar. Dann lass mal sehen. Ja. 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 Die roten Schlüssel gibt es dort, okay. Was ist denn alles eigentlich? Die Monster sind alle weg, es gibt keine Secrets, ja ist auch super. Hm, was soll man denn da jetzt noch hinkommen? Von dort aus wahrscheinlich, ne? Ja, macht ja Sinn. Hepp. Ah, ist von der Megasphäre nicht viel geliebt, aber na gut. Punkt. Herzlich willkommen, wer auch immer da jetzt zuschaut. Dürft mir gerne schreiben, wird auch eingeblendet und so weiter und so fort. Das entgebt mir nicht. So, hier ist doch jetzt bestimmt das Exit. Schaut mal. Schaut mal vorher noch ein bisschen Schrotmoni eigentlich wo abgreifen, ne? Wo wäre das denn? Ja. Habe ich alles eingesammelt, ach shit. Naja, weg ist weg. Na, dann mal raus hier. Nirglana finished. Klappt ja hoffentlich mit keine Werbung machen, was ich da trinke. Ich hätte dafür nicht bezahlt, also. Fertig. What, 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 what? Ach, dahinter, ey. Ach, dahinter, ey. Ich muss das mal verschwenden. Das hebe ich mir auf. Ja, dann. Wett. Wett. Ah, da oben tummelt sich so einiges, alles klar. Da komme ich jetzt nicht so einfach rein, ne? Okay. Dann zeigt euch mal hier. Oh shit. Was zur Hölle. Rocket Jump wegen den Pinkies, ne? So kann man natürlich auch aufräumen. Wett. So. Dann. Ah, das geht dann wieder runter. Ah, das geht dann so runter. Alles klar. Hier benötigen wir einen roten Schlüssel, okay. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, woher würde ich sicherlich hinkommen? Mhm, okay. So einen Berserker nimmt man gerne mal mit, ne? Der macht Spaß. Nur ich hab das nach wie vor nicht drauf. So können wir das auch. Nur gegen die Chaingunner, da komm ich nicht gegen an. Da kommen wir her. Dämonen klatschen. Jetzt geht's ja durch die halbe Bude. Ja gut, wo führt dieser Teleporter dann nun wieder hin? Naja, wir gucken mal. Probieren das mal. Musste das sein? Da so aus, ne? Naja. Da drüben vielleicht mal hin, ja? Ne. Naja, da war ich gerade, ne? Junge, Junge, Junge. Na, da kommen wir rein mit dem blauen Schlüssel. Scheiße Fiese Falle hier Die bleibt nicht auf, alles klar Hm Und weg mit dir Und mit dir auch Oh klasse Ich grüße dich Das gibt's da nicht So Oh shit Nicht mit mir, Freunde Okay Ja, ist tendenziell nicht schlecht, was? Da müsste man irgendwie noch hinkommen Okay Hm Schauen wir mal Ja, das war klar Das hab ich mir gedacht Gibt ja wohl drei Stück Ich bin Ja, das Ich bin Ja, das Ich bin Vielleicht auch wieder so eine Einmal-Sache und ich hab das unlängst verkackt. Hm. Wie das dann so ist. Da drüben gibt's auch ein bisschen Muni für meine Doppelläusige hier. So, wie ging's jetzt zum Exit? Durch die rote Tür. Oh, hier ist ja nix. Ich wüsste nicht, wie ich da hinkommen soll. Kein Stück. Gut, schließen wir das hier ab. Barrels of Gun. Ja, den Spaß gönnen wir uns dann aber bald. Also, Leute, bis bald. Macht's gut oder besser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.